so sorry okay gut noch mal andrea ich finde das genial wie du das gemacht hast du kannst das auch rüberbringen und die details sind einfach wirklich schön und ich denke für die zuschauer die das auch möchten du kannst das einfach auch schon anbieten schon professionell für mich ist es schon professionell genug dass du das einfach auch schon anbieten kannst reden wir einfach auch danach also ich finde das einfach auch großartig fühle mich kleiner so ja ich sage einfach alles was ich will was mir einfällt ich mache mich gerne immer kleiner wer sich kleiner macht ist immer der größte in afrika gibt es ein ritus dass man sich beugt 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 und wer tiefer zur erde gekommen ist der ist einfach auch der ja der weise okay okay gut also ich bin zufrieden mit heute eike möchtest du noch was sagen umgefallen undre ist umgefallen vor freude ok gut also eben kurz und bündig finde ich toll und ähm können wir das abschließen heike andrea wow schön haha ok oder möchte ein zuschauer noch einfach auch eine resonanz geben oder eine frage stellen oder gleich andrea buchen für die ganze firma ihr wisst was das bedeutet wenn für den chef der firma geschaut wird der chef lernt für seine mitarbeiter zu schauen das ist nicht einseitig sondern ist einfach rund 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 um herum paket so bin ich toll bin fertig ich habe fertig ok 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 genau noch einmal küssen der reiner schreibt auch mit in skype da muss ich immer gucken ich habe mal geschrieben für jemand anderen war ich so frech und dann habe ich gesagt das bin ich ok ok dann gute nacht und vielen dank und mal schauen was ich jetzt der makena war doch nicht so gut ein konzert mit joshua sende ich jetzt wie gesagt der stream hängt manchmal in der 24 stunden schleife alle aufzeichnungen sind sowieso einfach auch rechts in das storyboard fast alle ich vergesse manchmal welche rechts zu schieben und dann sucht euch was aus und da könnt ihr vor und zurück spulen und da bleibt es einfach auch nicht es schön klar